Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Forest, zusammen mit Dietz Gummy. Moin Leute. Genau. Und zwar, hier ist das Winterbio und wir waren vorhin schon kurz, haben wir so einen kleinen Blick riskiert. Moin, hä? Oh mein Gott, damit Moin, der schießt mich ab mit Feuer. Was? Der will mich anziehen. Oh, Achtung, ja, das ist der Feuerding. Ich, ich nehm den anderen da. Alter, er will wirklich gut. Boah, Alter, er hat mich voll gut. Gut, äh, ich so. Alter, der Typ, was hält der denn aus? Das ist ja unnormal. Boah, Junge. Mann, ich bring hier gerade Soft. Tot. Du gerunst, Alter. Achso, stimmt. Ich muss kurz hin, hab ich noch... Äh, kannst du noch Knochen mit... Wieso ist das so ein Matsch? Äh, ja, ich kann noch... Ich hab kein einziges... So, was ist das da hinten? Also kommt dann... Okay, danach gehen wir nach da hinten. Ich hab da, glaub ich, irgendwas gesehen, Junge. Wo ist der andere? Hast du beide angezündet, in meinem Haus? Ja, boah, ich seh den Tanner. Ich glaub, der liegt hier... Ja, hier, weil ich... Ich hol ihn kurz. Ja, lass ihn runter. Ja, der brennt doch jetzt bitte. Bam. Ja, ja, okay. Nice, nice. Ja, eben, wie gesagt, wir... Wenn wir hier ins Winterbiom wollen, um das Cockpit zu suchen, das ist eigentlich so unser nächstes Ziel, plus, minus. Brauchen wir halt richtig viel Lieder für den Warm Sweet. Sechs Hörschneider. Vier von diesem Wildschwein. Ein Hase und ein... Ein Sorakenskin. Zweimal Stoff und zweimal... Also für... Also ist das dann... Ist das dann die ganze Rüstung? Hat er nur einen Teil von der Rüstung? Ja, das ist die ganze Rüstung. Man kann nur die ganze Rüstung machen. Äh, Mutant, 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 Mutant. Oh, Bones. Oh, shit. Ja, scheiße auf die Knochen. Okay, lass uns den... Wir können den fighten, wir können den fighten. Komm. Ja, eh. Das fand ich ja. Lass uns den auseinandernehmen. Oh, shit. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Der kommt... Oh, oh, what? Der hat mal einen freaking Baum gefällt. Oh, oh. Ja, okay, der ist eigentlich easy, Digga. Der ist voll schwach. Also wirklich. Ja, Leute, er ist schon tot. Hä. Hä, hä. Gut, Alter. So gut sind wir einfach. Oh, was war ein Trott? Ja, wirklich, Alter. Er kann ja nichts. Da ist Handy-Spieler. Aber der wäre ja richtig schnell tot. Ja, wirklich. Wir haben auch beide fast durchgehend mit Pfeilen durchgeschlossen. Aber trotzdem, ja. Und krass schnell. Alter, ich habe jetzt drei Mutanten-Rüstung. Krass. Das ist stabil. Das ist auf jeden Fall stabil. Ich würde keine ausrüsten. Wir müssen die wirklich bis ans Ende sparen. Ja, ja, klar. Wie da vorne habe ich nämlich irgendwas gesehen. Was ist da vorne? Wo? Hier vorne sind bei mir so... Ah, es sind da Bäume. Oh, lol. Können wir hier vielleicht tauchen? Nee, okay, da ist nichts Besonderes. Dann hätte ich gesagt, jagen wir jetzt einfach ein bisschen, oder? Weil ich muss was essen. Ja, ich glaube halt eben auch, dass es hier... Ja, jetzt halt auch viele Aloe Vera. Das ist auch ganz, ganz nützlich. Da, da, ein Wildschwein! Geh vorne. Ja, ein Wildschwein. Los, 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 los. Das hat nicht inwiefern, dass das gefährlich ist. Weißt du, weil echte Wildschwein, die können dich ja anregen. Ja, ich hab, ich hab, lol. Das ist nach einem Schuss tot. Oder hast du da auch noch getroffen? Okay, nice. Und ich hab gar nichts getroffen. Alter, die Ausdauer, Junge! Ja, mach dich fucked ab. Jo, aber stabil. Hauptsache. Ja, okay, dann hätte ich gesagt, wir jagen jetzt in dieser Folge einfach. Da oben ist noch eins. Ich hab nicht getroffen. Ja, Leute, das ist wirklich nach einem Schuss tot. Das ist ja geil. Okay, ja, nimm dir mal das Leder. Auch doch das Fleisch. Das Fleisch auch, Digga. Alles, alles. Boah, es gibt ja auch gar nicht so drei Fleisch, glaub ich. Ja, ist halt wirklich. Und Fleisch, hab ich jetzt nur noch gleich keines mehr. Ja, hier ist safe noch mehr, oder? Wir gucken ja schon wieder kalt einfach. Ja, es geht ja wirklich schnell. Die darf nicht lang ins Winterbiom. Wir müssen auch aufpassen wegen Mutanten, weil die laufen hier, glaub ich, jetzt am Freich herum. Ja, ist eigentlich gefährlich wie sonst was. Aber eigentlich auch gar nicht so schlimm für Mutantenrüstung. Ja, ist, oh, hier unten ist ein Dorf, hier unten ist ein Dorf. Boah, das ist auch richtig schön. Guck mal, hier so mit dem Fluss und alles. Aber aufpassen, wir müssen hier von diesem Rambock. Der ist richtig stark, das, äh, stellst du davon an. Ja, ja. Ja, vor allem, ja, eben, der rammt sich einfach um, dann bist du weg vom Fenster, mehr oder weniger. Okay, warte mal, wie viel, wie viel, wie viel, äh, brauchen wir denn insgesamt von dem, guck kurz, warte mal. Von dem Hashtag, komm her. Vier, wir brauchen vier E-Berüstung, also acht. Oh ja, ein Reh, das sind zwei. Ja, ich hol's mir. Oh scheiße, ich hab Pfeil daneben geschossen. Komm, gönn. Ich hab daneben geschossen. So, noch eine. Hä? Es ist verpackt. Ja, tot. Äh, gönnt ihr den Reh-Dings, weil ich hab relativ viele Reh. Hier ist ja Wildschwein im Fluss. Das sind ja auch im Fluss. Ich hab eins. Ja, ich hab eins. Ja, egal. Jo, die standen hier noch im Fluss, wir haben die nicht gesehen. Oh, da ist noch eins. Wow. Okay, ich glaub, die greifen auch an. Ja, ja, die greifen an. Der, 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 der schimpft. Höh? Ich hab den doch getreifen. Ich hab den doch getreifen. Ich hab den doch getreifen. Er ist in der Falle. Los, 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 zuschlang. Alter, ich treff das nicht. Ich sag's, ja, wirklich. Er ist einfach durch den Stein gerannt. Hä? Hä? Ja, ich hab's. Also, manche Tiere sind in Flusshut und manche halt nicht. Ja, geht, ja, ist wirklich so. Und vor allem, manchmal sind die so ein bisschen verbackt. Zumindest bei mir. Also, man, manchmal trifft es zu dir und es gibt den keinen hin. Nur umgekehrt. Manchmal. Ja, was will die Kanibalen? Da wird noch einen Fall in den Kopf geschossen. Jetzt aber es läuft auf jeden Fall. Also, ich hab jetzt schon, ich hab jetzt schon drei. Ich brauch noch ein Wildschwein. Ich hab richtig viel Fleisch halt einfach. Ja, ich auch. Vielleicht sollten wir mal so ein bisschen was räuchern. Also, was brauch ich denn schon wieder für Dings? Warm Sweets. Äh, wir brauchen richtig, wir brauchen viermal dieses, dieses Wildschwein. Was ist denn das andere, das ganz links? Das ist dieser, das ist dieser Waschbär. Ich hab ein Leder, ich weiß nicht von wo. Wow, guck. Ich hab kein Waschbär, glaub ich. Ja, das, ich weiß nicht, wo es die gibt. Vielleicht gibt's die auch hier, ich weiß es nicht. Da haben wir, können wir noch ein kleines Problem bekommen. Ich glaub, auch Waschbäre sind ziemlich selten. Aber wir können jetzt erstmal kurz gucken, dass wir Rehe haben. Ich bin jetzt nur einmal gesehen halt. Ich glaub, das war sogar die. Hier liegt einfach so ein Kopf herum vom Rehe, der. Oh ne, das arme Tier. Okay, warte mal, ich guck mal. Ich hab schon, ich hab schon ein Waschbär. Ja, einen Hasen brauch ich noch. Oh Gott, das ist so viel. Okay, ich hab schon. Was bist du denn jetzt? Ich brauch noch ein Hasen. Ein Eber, also ein Wildschwein. Und zweimal noch ein Hirsch. Also wir haben noch etwas vor uns, auf jeden Fall. Aber das macht Spaß. Das macht Spaß. Vielleicht treffen wir auch noch ein paar Mutanten. Wir müssen jetzt, einmal, ja, ich halte, wir müssen halt wirklich Mutanten ranfahren. Weil ansonsten müssen wir einfach ein paar vorne machen, wo wir halt einfach nur Mutanten fahren. Aber das wäre halt ein bisschen langweilig, sag ich mal. Ja, deswegen nehmen wir hier, treffen wir wahrscheinlich immer wieder so ein bisschen Mutanten. Oder wir finden halt diese Kugel da, wo man könnte dann anlocken. Weil... Das wäre wirklich praktisch. Ich weiß halt, ich weiß halt nicht, wo die ist, also, keine Ahnung. Ja. Wo bist du denn? Das Ding ist halt, dann kommen halt auch gleich alle, also Mutanten, also Kannibalen, Mutanten, alles zusammen. Alles, okay. Aber dann können wir uns ja zuerst vorbereiten, bevor wir das aktivieren. Wenn wir es überhaupt finden. Wenn wir es überhaupt finden, ja klar, das ist auch noch so. Okay, aber die Wildschweine sind hier irgendwie nicht mehr so, so in. Ja, ich glaube, da müssen wir komplett reingehen. Ja, egal. Lauf mir einfach erstmal noch so ein bisschen am Wald entlang hier. Ja, und ich glaube dann auch irgendwo da hinten ist dann das Cockpit, also vom Flugzeug. Äh, gibt es, glaube ich, auch etwas Besonderes. Aber es ist bei es gar nicht. Ähm. Ja, ich nehme mal an, wie ich meine, es ist halt das Cockpit. Da vorne ist ein Wildschwein, oder? Ne, das ist ein Stang. Lol. Oh mein Gott. Oh, hier schmackt's sogar. Oh, ein Reh. Komm her. Ja. Oh, ich hab's, glaube ich, auch. Lol, hab's, hab ich skatet? Ne, ich weiß auch nicht. Weiß auch noch eins, warte, das gehört mir. Hit. Hit. Das sind zwei Pfeile und das ist tot. Hier, moin. Stabieren. Brauchst du... Da oben ist noch ein Reh. Warte mal, das können wir auch holen. Nicht egal. Ja, also die guten Pfeile oder die schlechten Pfeile. Ich hab gute Pfeile. Boah, wie viele Reh sind denn hier? Ja, wirklich. Wo ist das jetzt hin? Der ist im Brück. Und bei dir noch mehr? Ah, hier sind ja reichlich viele von denen. Also... Höh. Läbe. Ah, das war wahrscheinlich das, was weggerannt ist. Ja, geil. Ähm. Ich brauch noch von... Vor allem eins. Bis auf den Waschbär. Ja, ich hab jetzt fünf Rehs... Äh... Leber. Fünf was? Von dem Reh da. Ja, okay, nein. Ja, dann brauchst du noch eins von dem Reh. Ich auch. Du brauchst noch eins von dem Waschbär. Hast du eins von dem Hasen? Ich habe eins von dem Hasen. Habe ich einen, ja. Ja, okay, das passt. Da brauch ich noch eins von dem Hasen und du vom Waschbär. Und halt noch den... Wildschwein brauchen wir auch. Genau. Wir sollten vielleicht auch wieder ein bisschen raus, weil ich glaube, hier wird es gleich auch wieder kalt. Jo. Boah, Alter, aber hier ist es halt... Es sieht echt schön aus, hier alles. Ja. Vorher vor dem Pär hat schon eine richtig... Das ist der Base, ja. Das wäre... Müssen wir wirklich auch noch machen. So, hallo Wildschweine. Wo seid ihr denn? Wir kommen ja nicht durch diesen... Äh, durch diesen... Das ist ein Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. Ich glaube, die sind auch so in den Horden unterwegs. Ich glaube, das sind auch immer mehrere. Oh ja, ich sehe es. Tot. Bam. Gut, bam. Aber ja, ich war richtig. Oh ja, hin und ist auch noch weiß. Ja, geil. Dann hab's. Alter, das war so ein Schuss auf die Stadt. Ja, okay, ich muss raus. Oh ja, ich auch. Ich fühl hier richtig. Oh, geil. Okay, äh, ich brauch noch ein Reh. Taschenlampe. Wir können ja jetzt auch die Taschenlampe machen. Wo bin ich denn hier? Alter, das ist ja extrem creepy. Das ist ja wie Slender. Können wir mal kurz ein Lagerweil machen? Ja. Und wir sollten auch mal speichern. Wir haben gerade so viele Sachen. Was machst du? Okay, ich mach kurz das Lager, ist gut? Oder ein Zelt? Ein Shelter, genau. Alter, mein Typ hat Richtigkeit. So. Alter, ging das so lange. Okay, ich speicher. So. Okay, ich habe vier mal Eber. Kann ich etwas? Ja, ich kann auch Fleisch. Stimmt, ich kann auch Fleisch nix. Stimmt, wir können Fleisch braten. Das machen wir kurz. Ich brauche nochmal mein Fleisch drauf. Boah. Alter, das ist ja voll Fleisch. Das ist vorher bestätig. Ich brauche das Fleisch. Ah, nee, das können wir jetzt nicht mitnehmen. Warte, wir müssen es räuchern. Ja, also ich esse es halt gleich. Ja, okay, da können wir nicht mitnehmen. Ja, okay, willst du noch ein Räucherding machen? Nee, nee. Nee, wir können ja, wir sind ja jetzt am Jagen. Da können wir ja ständig wieder Fleisch nehmen. Ja, mein Dings sieht so nice aus. Ja, ich esse hier einfach nochmal eins. Ich bin zwar voll, aber. Ja, ich auch, aber. Für die Lebensanzeige. Ja, Fleisch, gib mir alles. Ja, wir können ja noch ein bisschen Aufschau halten. Vielleicht finden wir noch ein Dreh oder so. Boah, der Mond einfach. Was, ey? Da, da ist irgendwas. Da ist, glaube ich, so ein Lizard. Ah, nee, das ist ein Lizard. Schmutz. Ja, komm, scheiß auf die Brüse. Also, die sind eh nicht so wirklich wichtig. Äh, vielleicht finden wir auch noch ein Waschbär. Ich weiß halt auch nicht, wo man die finden kann. Was kann ich jetzt eigentlich auch alles mit, äh, mit diesem Reskin, also, was kann ich ja? Spearback. Du kannst richtig viel machen, aber ich würde es jetzt sparen auf den Warmsuite. Und was kann ich, wenn ich ein, ähm, ein Rockding machen will, aus einem Stein, brauche ich Wildschwein? Ich glaube, das mache ich mir vielleicht sogar für ein Wildschwein. Ja, komm, mach ich mir. Ja, stimmt, Wildschwein hat ja hier, glaube ich, noch reichlich. Ich glaube, ja. Soll ich nicht, sollen wir auch eins machen? Oder ein Spearback, aber da muss ich zwei, nee, das mache ich nicht. Nix. Oh, schick, also, ich habe auch schon wieder richtig, ich habe auch 20 Steine mitnehmen. 20. Das ist schon viel. Das ist wirklich viel, weil ich habe kalt, ich muss zurückgehen. Das sind Pilze. Ja, aber ich sehe das nicht, die gibt es. Die geben mir keinen Schaden. Egal. Die ersten Pilze, die mir nicht schaden. Oh, ich habe ein Lizard. Oh, okay. Aber ich glaube, es ist eben nicht dasselbe. Ach, nee, ich kann nicht, ich meine, man kann doch normalerweise nur fünf Steine mitnehmen, oder? Jetzt kann ich zehn Steine mitnehmen. Ja, okay, das ist... Trotzdem, immerhin. Jetzt sag ich schon, das ist ein bisschen viel, denke ich. So 20 Steine einfach. Dann braucht ihr die wirklich noch nix. Wild Armor. Man kann aus dem so eine Rüstung craften. Oh, mein Gott, so eine... Warten mal. Gucken mal, was ich jetzt habe. Und was? Gucken mal, ich habe doch jetzt so eine Blattrüstung, oder? Blattrüstung, ja. Die kannst du wirklich... Ich weiß, hab mir die Frage. Kann man sich damit tarnen, irgendwie? Wild Armor. Ja, Blätter hat man ja nicht reichlich. Ja, sie wirklich. Bringt die auch irgendwas, oder? Ja, nee, die ist glaube ich noch ein Hit schon wieder kaputt, oder so? Keine Ahnung. Ja, trotzdem, immerhin. Ja, aber das kann man nicht sagen, wieso ist hier nirgendwo so in der Rehe? Ähm, ich will noch nicht schlafen. Ich will schlafen. Ich will euch auch, wir sind doch müde. Was ist eigentlich das andere? Man kann doch da dieses Ding, ja genau, das hier. Braucht man denn für das hier? Oh Gott. Reitenhauts, Holz. Wollen wir das kurz machen? Nein, wir haben keinen Lager hier. Ja, was, was? Ja, dann hätten wir es noch. Ja, klar, wir haben ja gerade nichts anderes zu tun. Ja, ja. Das sind Bäumefällen, aber bitte nicht, nee, bitte nicht das Lager. Nein. Ach, kaputt. Alles gut, alles gut. Nee, 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 alles gut. Ah, okay. Ab wie du Baum fällt auf dich. Okay, jetzt nicht mehr. Wo war ich doch? Ohohohoho. Ich hab dich gewarnt. Geschreckt. Ja, also. Ich wusste ja nicht, wo der kommt. Ja. Guck mal, das Ding brennt einfach. Oh, nee. Das ist durchs Feuer gerannt. Und jetzt ist er gestorben. Noch mal so ein Laser. Äh, nee, wirklich? Der ist einfach gestorben. Oh, nee. Der arme Kerl. Ja, geil. Haben wir eins mehr. Boah. Nein, der fällt runter. So, und noch ein. Ja, ist fertig. Das Ding. Ding. Ah, toll. Hab ich hier heute drin. Ja, unsere Hütte. Das ist unsere erste. Das hier wird die Anfangsbase. Können wir hier ein Dings machen? Wenn wir hier drin schlafen. Ah, nee, aber schon bald. Aber dann will ich jetzt trotzdem hier kurz noch so ein Trying Dings machen. Ja, machen wir hier kurz ein kleines Lager. So mit allem drum und dran. Boah, es sieht ganz gemütlich aus, muss ich sagen. Ehrlich gesagt schon, ja. Können wir hier auch noch. Aber ich glaube, wir machen kein Dings, oder? Wir machen kein... Äh, wie sagt man? Nee, also zu viel würde ich nicht machen. Nur so ein bisschen Fleisch drüber tun können. Ja, Fleisch hier. Hast du auch noch ein bisschen Fleisch, oder? Äh, ja, warte, ich komme gleich. Ach komm, hast du da noch ein bisschen was? Nee, ich habe auch nicht. Weil ich hier mal kurz fahren. Ja, dann mache ich hier nochmal ein Lizzard hin. Hier hat's ein Hasen. Warte mal, dem Arsch. Scheiße, ich bin nicht voll gelaufen. Ordentlich, das wird dumm. Ja, beruhig dich doch. Boah, du brennst. Ja, ja. Aber ist alles gut. Ich habe vorhin hier Hasen gesehen, also. Wäre cool, wenn wir den hätten. Eigentlich. Das ist nochmal so ein Lizzard. Also Hasen sind halt wirklich... Also kannst du mit der Steinstoller viel besser jagen. Ja, eben, ja. Deswegen wäre ich froh, wenn du auch ein bisschen Ausschau hältst. Wenn du einen siehst, dann ist es nur hier. Ich muss ihnen helfen kann. Ich glaube, das größte Problem wird einfach noch, dass wir für dich ein Ding sammeln müssen. So einen Waschbär. Keine Ahnung, wo wir den finden können. Ja, ich glaube, die sind halt random irgendwo, denke ich mal. Echt? Also ich glaube, die sind nicht in einem Gebiet. Platzierende, okay. Aloe Vera. Was brauche ich denn jetzt alles für so ein Mix-Getränk? Du musst es aber schon unter dem Feuerbau, das weißt du, sonst funktioniert das nicht. Nee, ich kann es auch craften, ich kann es craften. Was? Ich kann so ein Energy Drink, kann ich auch craften. Ja, ja, ich weiß, aber das ist nur so ein Mix. Ich glaube, das ist normal zum Essen. Ja, ist dann halt so ein, wahrscheinlich so ein Leben. Ein Leben. Ja, ja. Ach so, dass das Energy Dings ist für, glaube ich, für Ausdauer und das andere ist für Gesundheit. Hast du noch ein bisschen Steine? Ah, hier ist die Steine. Ja, ich habe noch Steine, wo bist du? Ah, für Feuer. Für was brauchst du? Also müssen das runter, weil ich bin ja richtig am Frieren. Warum friere ich zu heftig? Ja, ich muss noch ein bisschen was essen, drauf machen. Ich muss direkt essen. Können wir so ein Lagerfeuer drinnen machen? Wir können schlafen. Oh, okay. Ja, warte, ich komme gleich, ich muss kurz was essen. Dann komme ich. Okay. Was geht das denn noch? So, jetzt. Okay. Oh Gott. Okay, rein da. Ich schlafe. Hey, voll gemütlich aus, so dieses Ding. Wirklich herr Hütchen. Äh, hast du? Mein Hals. Okay, Leute. Das passt gerade perfekt. Das war es mit dieser Folge The Forest. Schaut unbedingt bei Yeats Gummy vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Oh, is it what do you see? As it twists the tiles beneath all my feet? What do you see? Oh, is it what do you see?